Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid gut in den Tag gestartet, hattet schon euren ersten Kaffee. Ich würde sagen, wir fangen sofort mit der Bitcoin-Chart-Analyse an. Momentan traden wir bei ungefähr 41.900 US-Dollar. Es hat sich im Endeffekt seit gestern sehr, sehr wenig getan. Wir sind jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart. Wir sind weiterhin unter den 4-Stunden-Email-Ribbons. Unser Key-Level hier, also unsere ehemalige Range vom letzten Wochenende, hält auch noch weiterhin. Ob wir das CME-Gap mittlerweile geschlossen haben? Ne, noch nicht ganz. Also CME-Gap ist bei ungefähr 42.300 US-Dollar, also ist es noch nicht geschlossen. Ist jetzt aber auch nicht meilenweit entfernt, wo ich jetzt sage, boah ja, wir pumpen jetzt gleich 300 US-Dollar und dann gehen wir Richtung Moon. So weit ist es auf jeden Fall noch nicht. Momentan gibt uns einfach diese ehemalige Range hier noch genug Support. Plus der 200er EMA, diese gelbe Linie hier, gibt uns zusätzlichen Support. Ansonsten halte ich weiterhin an meinem Plan fest. Was ich jetzt auch schon gehört habe, wir hätten ein mögliches Head & Shoulders, aber ich bin ganz ehrlich, ne. Also da lasse ich mich hier lieber auf den Doppeltop ein, dann hätten wir das Preisziel meiner Meinung nach schon erreicht. Wir hatten diese Barish Divergence, die hat ausgespielt. Volumen ist deutlich abfallend. Wir haben diesen RSI-Widerstand hier unten, den ihr hier deutlich seht. Für mich ist das eindeutig kein Head & Shoulders Pattern. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal zwei Köpfe gesehen habt, also Schulter, Kopf, Kopf, Schulter. Ist auf jeden Fall kein Head & Shoulders, lasst euch da nicht verkackeiern oder sonst irgendwas. Ansonsten weiterhin gilt einfach, weiterhin ist ein Rücksetzer in dem Bereich von 40.200, 40.700 US-Dollar einfach noch möglich. Wir haben noch ein CME-Gap von, ich glaube, letzter Woche oder vorletzter Woche bei 40.700 US-Dollar. Das könnte noch gefüllt werden. Und dann wird es wirklich hier unten interessant, 200er SMA auf dem 4-Stunden-Chart, Monats-Pivot, ehemalige Range hier unten, wo wir immer wieder Support bzw. Widerstand hatten. Die könnten wir dann zu Support switchen, plus übergeordnet unser Abtrend. Also das heißt, hier in diesem Bereich unten bei ungefähr 39.600 US-Dollar ist eine Menge, Menge Confluence. Ob wir hier dann wirklich Halt machen, wage ich aber immer noch ein bisschen zu bezweifeln. Denn es wäre zu einfach einfach. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier runtergehen, würde wahrscheinlich jeder denken, oh ja, wir machen jetzt hier der perfekte Long auf und dann reiten wir hier so die Welle nach oben. Ich bin weiterhin eher davon überzeugt, dass wir sogar noch ein bisschen tiefer gehen. Vielleicht sogar in einem Bereich von 36.900 US-Dollar circa. Dann hätten wir ein minimal höheres Tief, würde den Abtrend bestätigen, den wir mit dem höheren Hoch gebildet haben und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Das ist so eine Möglichkeit. Wir müssen jetzt auch gucken, was geopolitisch, also weiterhin mit Russland etc. passiert. Die Woche wird auf jeden Fall spannend, auch wie die Aktienmärkte jetzt heute früh und heute Nachmittag, vor allem jetzt die Wochenend-News, was so passiert ist, verarbeiten, dürfen wir auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Momentan bin ich eher so ein bisschen, okay, wir gehen weiter runter. Es ist ein kleiner Rücksetzer nochmal, aber es ist keine riesen Dump-Korrektur. Die Worst-Case-Ding, was ihr jetzt schon seit Wochen von mir kennt, liegt weiterhin hier unten im Bereich 32.000, 33.000 US-Dollar. Das ist immer noch das, wo ich immer noch auf dem Schirm habe. Einfach meine Orders liegen auch weiterhin da unten, falls wir da hinkommen sollten. Also diese nicht raus, die habe ich jetzt seit Wochen da unten liegen. Ja, wir haben auch die ganze Zeit gesagt, okay, wir sehen irgendwann eine Korrektur. Es war einfach absehbar, also so richtig bearish ist die Stimmung nicht. Also ich wäre da immer ein bisschen vorsichtig, wir kriegen jetzt gleich wieder einen riesen Dump und sowas. Es war einfach normal, dass wir jetzt entweder ein bisschen seitwärts gehen oder eine kleinere Korrektur sehen. War absehbar, habe ich euch auch öfter genug drauf hingewiesen. Und irgendwann muss man halt immer ein bisschen ein paar Tage warten, bis es dann auch eintrifft. Aber irgendwann früher oder später kommen wir dann doch zu diesen Leveln. Auch wenn es zu dem Zeitpunkt hier oben wahrscheinlich keiner gedacht hätte, dass wir jetzt doch nochmal vielleicht hier nochmal runter gehen. Die Wahrscheinlichkeit wird auf jeden Fall größer. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum habe ich schon immer noch das aus dem letzten Video eingezeichnet. Wir konsolidieren hier um den Bereich von 2800 US-Dollar. Wir haben den Monats-Pivot plus den 200er SMA auf dem 4-Stunden-Chart wieder nach unten hindurch brauchen. Die 4-Stunden-Email-Ribbons nach unten. Was man hier aber deutlich sieht, also die Bitcoin-Dominance ist mittlerweile bei 43,3%. Also wir steigen von der Bitcoin-Dominance deutlich an, während die Altcoins deutlicher nachgeben. Bitcoin konsolidiert gerade ein bisschen. Also klar, auch hier geht es ein bisschen runter. Aber die Altcoins sind dann doch deutlich tiefer, sage ich mal. Also da sehe ich weiterhin hier die Möglichkeit, dass wir zumindest hier den Bereich um 2600 US-Dollar, also die obere Kante unseres Golden Pockets, antesten könnten. Einfach um auch hier möglicherweise ein höheres Tief zu bilden. Auch wenn es nur minimal ein höheres Tief wäre. Aber es wäre ein höheres Tief, technisch gesehen, und wäre existenziell wichtig. Das ist so weiterhin das, was ich im Blick habe, auch um diesen Pump hier möglicherweise aufzufüllen. Auch hier hieß es ja Head & Shoulders. Also auch hier bin ich nicht wirklich überzeugt. Also Head & Shoulders sowieso ist immer so ein Pattern, wo man wirklich aufpassen muss, weil die meisten sehen es und genau dann passiert nämlich genau das andere. Also da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Gut, schauen wir uns Cardano an. Cardano ist auch so ein Beispiel, wo ich sage, ja da sieht man es, als die Bitcoin-Dominance ansteigt. Wir schaffen hier kein Volumen mehr. Im Gegenteil, wir gehen immer weiter runter. Wir sind momentan bei 1,02 Dollar, also weiterhin in dieser Range, die psychologisch extrem, extrem wichtig ist. Gehen wir jetzt natürlich bei Bitcoin noch ein bisschen weiter runter. Haben wir es ja gestern schon angesprochen. Besteht auf jeden Fall die Möglichkeit hier nochmal in den 90er, beziehungsweise 85er Bereich, auf jeden Fall nochmal runter zu kommen. Ich meine es sind 10%, 10 bis 15%, bei einer Bitcoin-Korrektur von 10% ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Schauen wir uns Elrond an. Elrond hat sich nach seinem Riesen-Pump, wo ich immer noch nicht weiß, was da passiert ist, ehrlich gesagt, was wir glaube ich auch in der Telegram-Gruppe angesprochen haben. By the way, kommt gerne in die Telegram-Gruppe, link ist wie immer noch in der Videobeschreibung und lasst auf jeden Fall ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten, die 4 Stunden E-Mail-Ribbons halten, 200er EMAs hier noch als Unterstützung, Monats-Piefer, also wir haben hier noch eine Menge Unterstützung, da mache ich mir jetzt erstmal keine Gedanken, dass wir hier erstmal deutlich tiefer gehen, plus wir haben hier noch eine ehemalige Riesen-Range. Also ich sage mal, worst case momentan hier, der Bereich um 155 US-Dollar, sollten wir da überhaupt hingelangen. So, Phantom hat sich auch nicht an den Weg gehalten, wir haben keinen neuen Impuls nach oben bekommen, leider, Volumen ist nicht angestiegen, ganz im Gegenteil, wir gehen hier weiter bergab. Jetzt wird es natürlich interessant, wir haben hier diesen voluminanten Anstieg gehabt. Es könnte jetzt wirklich sein, weil wir hier diese Range nach unten hin durchbrochen haben, dass wir hier wirklich nochmal in den Bereich zwischen 1,53 und 1,65 hier irgendwo unten reingehen, würde auch hier mit dieser ehemaligen Widerstandszone hier passen. Ihr seht es hier, Widerstand, 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 immer noch Widerstand und dann sind wir drüber gekommen. Also den Bereich hier unten werde ich ganz genau im Auge behalten, um Ihnen möglicherweise eine Long-Position aufzubauen. Was wir jetzt auch nicht aus den Augen lassen dürfen, wir haben hier auch eine Bullish Divergence im 4 Stunden Chart, aber vom Volumen her würde ich sagen, würde ich das nochmal noch ein bisschen auf der Seitenlinie lassen, also bin ich auch noch nicht so wirklich überzeugt, dass hier wirklich gleich eine Trendwende stattfindet. Müssen wir mal im Auge behalten. Ansonsten dieser Bereich hier unten ist extenziell wichtig für mich. Hier würde ich mir überlegen, eine Long-Position aufzubauen und natürlich Spot ein bisschen nachzukaufen. Gut, dann können wir uns mal ganz kurz, weil ja Super Bowl war, ich bin ganz ehrlich kein riesen Fan davon, um es mal so zu sagen, also ich habe es nicht geguckt. Können wir uns mal ganz kurz Crypto.com Coin angucken. Ganz klare Sell-the-News-Event, also mega Selling war das jetzt nicht. Klar, gut, okay, waren doch 10%, sieht man jetzt gar nicht so. Also, weil ich es gestern auch gehört habe, oh ja, Crow wird explodieren durch diese Werbung und beim Super Bowl. Ja, man sieht es, also Explosion, es war halt eine fehlgeschlagene Explosion, wir sind vorher halt, das ist so typisch, jeder hofft so drauf, ja, wir pumpen, wir pumpen, ja und genau dann passiert genau das Gegenteil. Ja, weiß nicht, jeder, der gesagt hat, ich wurde gestern teilweise ausgelacht, oh, was laberst du, das wird ganz sicher eine Mega-Explosion geben, wir werden hier pumpen bis zum geht nicht mehr. Ja, also ich verstehe unter Pumpen was anderes, im Endeffekt ist genau dieser Pump, den wir vorher hatten, wieder abverkauft worden. Also nichts Spektakuläres, ich wollte einfach nochmal kurz darauf eingehen, um euch das mal ein bisschen zu veranschaulichen, hat halt jetzt gepasst einfach. Ansonsten schauen wir uns mal noch Sand an, Sand hat sich auch wenig geändert, wir sind unter den 200er SMA gefallen, jetzt wird hier die nächste Supportzone interessant. in diesem Bereich hier unten, bei ungefähr 3,71$ bis ungefähr 3,52$. Ansonsten geht es hier auch nochmal deutlich tiefer, da halte ich sogar wieder Kurs auf unter 3 US-Dollar auf jeden Fall für möglich. Ist natürlich noch ein bisschen früh, wir haben hier ein kleines Doppeltop gebildet, haben auch die Bestätigung gesehen. Auch hier können wir uns gerne mal ganz kurz das Preisziel angucken, ob wir dann auch in unserer grünen Range landen würden. Und wenn wir dann perfekt da drin landen, also diese Zone ist auch existenziell wichtig, wäre Doppeltop Target plus Riesensupportzone, RSI ist natürlich elendig weit unten. Also wir sehen es generell, der RSI überall, wo wir uns gerade angeguckt haben, relativ weit unten. Bitcoin müssen wir natürlich im Blick behalten. Jetzt sieht es schon wieder ein bisschen besser aus, 42.200 US-Dollar. Also ich glaube, die Woche könnte wieder etwas volatiler werden, nicht nur Chart-mäßig, sondern auch News-mäßig. Apropos News, schauen wir uns mal ganz kurz an. Krypto-Steuer online, diese Tools helfen dir dabei. Wir haben jetzt am Wochenende, ich glaube am Freitag, habe ich jetzt das Video von Cointracking für euch gemacht. Könnt ihr euch gerne auch angucken. Ansonsten, Krypto-Guru hat jetzt noch einen Artikel geschrieben, auf was man achten sollte, wo man Steuererklärungen machen sollte. Da ist auch mein Video da drunten verlinkt. Also wen es interessiert, ich habe den Link gestern schon in die Telegram-Gruppe gepostet. Plus Google.org stellt IOTA 1 Mio. US-Dollar zur Verfügung. Jeder, der mich kennt, weiß, IOTA ist so einer meiner Favorites, sage ich mal, geheimen Dinger immer noch, wo ich absolut unterbewertet finde. Jetzt mit Google nochmal Investitionen. Schauen wir mal, was da noch so in Zukunft kommt. Aber ich bin da auf jeden Fall bullisch gestimmt, das wisst ihr auch. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns dann morgen früh wieder. Bleibt entspannt, schaut nicht zu viel auf die Charts. Lasst euch nicht verwirren durch irgendwelche News oder sonst was. Ja, ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Wir hören uns morgen wieder und wie immer, stay crypto.